Es gab wohl in den letzten Monaten keine Veröffentlichung, die für solche Aufregung gesorgt hat, aber auf der anderen Seite auch wieder so schnell aus dem Internet entfernt wird wie diese. Die Kontoauszüge von Olaf Scholz wurden veröffentlicht und mittlerweile sind sie kaum mehr auffindbar, nur vereinzelt in verschiedenen Foren findet man hierzu noch weitere Informationen. Zum Glück konnte ich diese mittlerweile einsehen und ich kann Ihnen jetzt vorab schon sagen, in diesem Video da wird es so richtig brisant. Zum einen wurde offen gelegt, was denn die Einkommensquellen von Olaf Scholz sind und zum anderen wurden ebenfalls die Nebeneinkünfte der letzten Jahre veröffentlicht. Ganz brisant bei dieser Geschichte, hier wird offensichtlich auch mit einem Mythos aufgeräumt, den Olaf Scholz über die letzten Jahre immer wieder verbreitet hat. So sagte er wortwörtlich, als reich würde ich mich nicht empfinden und das ist jetzt mit dieser neuesten Information total widerlegt. In der Realität hat er mittlerweile ein Vermögen von über 5 Millionen Euro angehäuft und dieses Geld muss ja irgendwo herkommen und das wollen wir nun in diesem Video offenlegen. Hier sehen Sie eine exakte Auflistung des Einkommens von Olaf Scholz durch seine Bundeskanzleramts-Tätigkeit. Nicht inkludiert sind hier natürlich die erheblichen Nebeneinkünfte, auf die ich auch noch gleich eingehen werde. So bekommt er mittlerweile ein Grundgehalt von sage und schreibe 25.000 Euro monatlich auf sein Konto überwiesen. Hinzu kommt eine Abgeordnetenentschädigung von 5.500 Euro. Doch das ist bei weitem nicht alles. Es gibt unter anderem ebenfalls einen Ortszuschlag von über 1.300 Euro, weil er sich eben dazu entschieden hat in Potsdam zu leben und nicht in Berlin und das ist sozusagen eine Aufwandsentschädigung. Hinzu kommt eine Mitarbeiterpauschale von über 42.000 Euro. Diese fällt an für den persönlichen Sekretär, für den Leibfotografen usw. Nicht inkludiert in dieser Liste sind natürlich Kosten für den Chauffeur, für den Privatkoch usw. Diese werden alle vom Bundestag übernommen. Wir kommen also auf eine Summe von weit über 100.000 Euro, von der Olaf Scholz direkt profitiert. Doch selbst dieses staatliche Einkommen würde nicht dafür ausreichen, solch ein enormes Privatvermögen aufzubauen. Hierfür sind Nebeneinkünfte notwendig. Und genau diese wurden wie gesagt in den Kontoauszügen offen gelegt und unter anderem habe ich jetzt einfach mal eine Auflistung von drei dieser besagten Nebeneinkünfte. So zahlte ihm z.B. die Stiftung Frauenkirche Dresden angeblich über 12.000 Euro, die Europäische Investitionsbank steuerte ganze 35.000 Euro bei und die RAG Stiftung sage und schreibe über 100.000 Euro. Für welche Tätigkeiten er diese enormen Zahlungen erhalten hat, ist natürlich mal wieder nicht bekannt. Natürlich müssen diese Informationen wie alle aus dem Internet mit etwas Vorsicht genossen werden. Aber wenn wir uns einfach mal an den Cum-Ex-Skandal zurückerinnern, dann scheint sich das bei Olaf Scholz wie ein roter Faden durchs Leben zu ziehen. Viele wissen es gar nicht, aber er wurde ganze 27 Mal in der Anklageschrift des Prozesses genannt. Dieser Prozess findet gerade eben statt und ganz viele Experten sind sich einig und jetzt halten sie sich fest, dass es womöglich zu einem folgeschweren Urteil kommen könnte, dass Olaf Scholz sogar eine Gefängnisstrafe einbringt. Natürlich halte ich sie diesbezüglich auf dem Laufenden. Ich bedanke mich für ihr Zusehen und bis bald dann zum nächsten Video.